Vertriebs- und Netzwerkpartnerschaften gibt es schon lange nicht mehr nur in der analogen, sondern auch in der digitalen Welt. Wie bewährte Vertriebsstrukturen auf das Online-Medium transferiert werden, das zeigen wir Ihnen nach dem Intro. Im Rahmen des Affiliate-Marketings baut das werbetreibende Unternehmen, auch Merchant genannt, mit Hilfe ausgewählter Partner-Webseiten, den sogenannten Affiliates, ein virtuelles Vertriebsnetz auf. In vielen Fällen wird die Verbindung zwischen Affiliates und Merchants auch über Affiliate-Netzwerke hergestellt, die neben der Vermittlung von Affiliates auch weitere administrative Aufgaben übernehmen, wie zum Beispiel die Bereitstellung der Werbemittel, die vertraglichen Modalitäten, die statistische Auswertung und die Organisation der Zahlungen. Zudem vermittelt ein Affiliate-Netzwerk natürlich auch andersherum Merchants an die Affiliates. Aber kehren wir für ein Beispiel zurück zur Situation ohne Netzwerk. Bei der Auswahl der Partner-Webseiten kommt es auf die Passung zur Zielgruppe an, die man als Merchant erreichen will. Für seinen Outdoor-Shop, in dem Max Fairtrade Freizeit- und Funktionsbekleidung verkauft, kann er die Webseiten wanderlust.de, wanderkarte.de, letzwander.de sowie outdoorfitters.com und sustainabletravelers.com als Affiliates gewinnen. Im idealtypischen Ablaufprozess des linkbasierten Affiliate-Marketings besucht ein potenzieller Kunde nun die Webseite des Affiliates. Lisa beispielsweise plant im Sommer einen Wanderurlaub in Norwegen und sucht hierzu Tipps in der Wander-Community. Das Forum wanderlust.de, das sie besucht, ist Affiliate von Max Outdoor-Shop. Auf Wanderlust wird daher das Werbemittel von Max beispielsweise in Form eines Banners eingeblendet. Indem sie auf das Banner klickt, gelangt Lisa auf die Webseite von Max Outdoor-Shop, wo sie sich über die Produkte informiert und anschließend ihre Wanderausrüstung kauft. Für eine zuvor bestimmte Handlung des Konsumenten, in diesem Beispiel für den Kauf der Wanderausrüstung, zahlt der Merchant dem Affiliate dann eine Provision. Zentraler Nachteil des linkbasierten Affiliate-Marketings ist die Tatsache, dass die Kunden selten zu der Seite des Affiliates, in diesem Fall zu wanderlust.de, zurückkehren. Im integrativen Affiliate-Marketing hingegen gliedert der Affiliate die Inhalte des Merchants in seinen Internetauftritt ein, beispielsweise durch einen eigenen Online-Shop. Die Einwendung der Merchant-Seite fällt hiermit weg und die Erbringung erfolgt stattdessen auf der Affiliate-Seite. Nichtsdestotrotz kann auf der Affiliate-Seite das Angebot des Merchants mit zusätzlichen Werbemitteln hervorgehoben werden. Im Unterschied zur klassischen Bannerwerbung, wo die Provision weitgehend als Festbetrag festgelegt wird oder ein Tausender-Kontaktpreis ermittelt wird, ist das Affiliate-Marketing-Performance-orientiert. Als Zielgröße kann sowohl der Klick als erste messbare Form der Aktivität eines Interessenten dienen oder ein sogenannter Lead. Dies ist ein vom Merchant vordefiniertes Ergebnis, nicht jedoch der letztendliche Kauf. Beispielsweise erhalten Affiliates eine Provision, wenn Interessenten sich zum Newsletter des Merchants anmelden oder Informationsmaterial bei ihm bestellen. Die ökonomische Zielgröße aus Sicht des Merchants ist jedoch selbstverständlich der Sale. Hinsichtlich der letztendlichen Provisionsgestaltung können die unterschiedlichen Zielgrößen, Klicks, Leads oder Sales, kombiniert werden, sodass ein System aus variablen Beiträgen und Anreizen entsteht. Meist zielt die Provisionsgestaltung im Affiliate-Marketing darauf ab, eine langfristige Beziehung aufzubauen. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Lernen und auch beruflich alles Gute! Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Lernen und Anreizen.